Gib uns ein Update zu Timo. Wie geht es ihm? Was hat er? Schlechte Neuigkeiten. Timo ist leider nach wie vor nicht in der Lage aufzustehen. Das Fieber ist nach oben gegangen nochmal, hat sich auch übergeben. Unsere medizinische Abteilung vermutet, dass er sich tatsächlich ein Virus eingefangen hat. An den Spielen ist absolut nicht zu denken und deswegen mussten wir leider auch schweren Herzens das Doppelviertelfinale absagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017